Ist es für einen Narzissten schwieriger, Jesus gehorsam zu sein? Ich möchte erst mal erklären, was ein Narzisst eigentlich ausmacht. Kennzeichen eines Narzissten Die wichtigsten Besonderheiten eines Narzissten Grandioses Selbstbild Narzissten haben ein überhöhtes Gefühl der eigenen Wichtigkeit und glauben einzigartig und besonders zu sein. Bedürfnis nach Bewunderung Sie verlangen ständig nach Anerkennung und Lob von anderen, um ihr Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Mangel an Empathie Narzissten zeigen wenig bis keine Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder darauf einzugehen. Manipulatives Verhalten Sie nutzen andere Menschen aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, oft ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für die Betroffenen. Überlegenheitsgefühl Narzissten fühlen sich anderen überlegen und erwarten oft eine bevorzugte Behandlung. Ausnutzung von Beziehungen Sie betrachten Beziehungen als Mittel zur Selbstförderung und nicht als gegenseitige Partnerschaften. Empfindlichkeit gegenüber Kritik Trotz ihres selbstbewussten Auftretens sind Narzissten extrem empfindlich gegenüber Kritik und können darauf mit Wut und Abwehr reagieren. Neid Sie sind oft neidisch auf andere und glauben, dass andere neidisch auf sie sind. Anspruchsdenken Narzissten haben das Gefühl, dass sie besonderen Privilegien verdienen und erwarten, dass ihre Wünsche sofort erfüllt werden. Oberflächliche Beziehungen Ihre Beziehungen sind häufig oberflächlich und basieren auf dem, was andere für sie tun können, anstatt auf echter emotionaler Verbindung. Nochmal die Frage, ist es für einen Narzissten schwieriger, Jesus gehorsam zu sein? Ja. Für einen Narzissten kann es schwieriger sein, Jesus gehorsam zu sein, und zwar aus folgenden Gründen. Ein Narzisst weist einige Charaktereigenschaften auf, die mit den biblischen Darstellungen von Satan übereinstimmen. Diese Ähnlichkeiten verdeutlichen die Gefahr, die Narzissmus für das spirituelle Leben darstellt und wie dringend eine innere Umkehr und Selbsterkenntnis notwendig ist. Übereinstimmung zwischen einem Narzissten und Satan, Stolz und Überheblichkeit Laut der Bibel führte Satans Fall vom Himmel auf seinen Stolz und seinen Wunsch zurück, sich über Gott zu erheben. Jesaja 14, 12-15, Hesekiel 28, 17 Ein Narzisst glaubt, er sei anderen überlegen und zeigt wenig Demut und Bereitschaft, sich unterzuordnen. Selbstverherrlichung Satan wollte verehrt und angebetet werden, anstatt Gott die Ehre zu geben. Matthäus 4, 8-9 Ein Narzisst sucht ständig nach Anerkennung und Lob, um sein eigenes Ego zu stärken. Manipulation Satan ist ein Meister der Täuschung und Manipulation, um seine Ziele zu erreichen. Johannes 8, 44, 2. Korinther 11, 14 Narzissten nutzen andere Menschen aus und manipulieren Situationen, um ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Rebellion gegen Autorität Satan rebellierte gegen Gott und wollte seine eigene Macht und Autorität etablieren. Offenbarung 12, 7-9 Ein Narzisst hat Schwierigkeiten, sich Autorität unterzuordnen, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen oder gegenüber Gott. Täuschung und Lügen Satan wird als der Vater der Lügen beschrieben. Johannes 8, 44 Und er nutzt Täuschung, um Menschen in die Irre zu führen. Narzissten neigen dazu, die Wahrheit zu verdrehen oder zu lügen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen oder ihr Selbstbild zu schützen. Das Problem der Narzissten Mangel an Demut Narzissten haben Schwierigkeiten, Demut zu zeigen, was eine zentrale Tugend im christlichen Glauben ist. Selbstzentriertheit Ihr Fokus liegt oft auf den eigenen Bedürfnissen und Wünschen, während die Nachfolge Jesu ein Leben im Dienst und in der Hingabe an andere erfordert. Unfähigkeit zur Empathie Der Mangel an Empathie erschwert es, die Liebe und das Mitgefühl zu praktizieren, die Jesus lehrte. Abhängigkeit von Anerkennung Narzissten suchen nach Bestätigung von außen, während christlicher Gehorsam oft auf innere Motivation und Vertrauen in Gott basiert. Ablehnung von Kritik Die Unfähigkeit, konstruktive Kritik anzunehmen, kann das spirituelle Wachstum und die persönliche Entwicklung behindern. Schritte zur Selbsterkenntnis und Unterordnung unter Jesus Erstens, ehrliche Selbstreflexion, Selbstprüfung Ein Narzisst sollte regelmäßig sein Verhalten und seine Motive hinterfragen, um zu erkennen, wie sehr er sich auf die eigene Ehre statt auf Gottes Ehre konzentriert. Gebet, um Gottes Hilfe bitten, um die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen und wahre Demut zu entwickeln, Psalm 139, 23, 24 Bekenntnis von Sünde Der erste Schritt zur Heilung ist das Eingeständnis der eigenen Sündhaftigkeit, Stolz und Rebellion Wahrer Buße bedeutet eine Veränderung des Herzens und des Verhaltens weg von Selbstverherrlichung hin zu einem Leben in Demut und Gehorsam gegenüber Gott Sich Gottes Wort unterordnen Regelmäßiges Studium der Schrift hilft, Gottes Maßstäbe zu erkennen und zu verstehen, wie sehr man von diesen abgewichen ist Das Gelernte im täglichen Leben anwenden, indem man sich bewusst auf Gottes Willen statt auf den eigenen konzentriert Jakobus 1, 22-25 Demut und Dienst Sich in den Dienst an anderen einbringen, um die Selbstzentriertheit zu überwinden, Philippa 2, 3-4 Jesus Leben und Lehre studieren und ihn als Vorbild nehmen, wie man in Demut und Selbstlosigkeit lebt, Markus 10, 45 Erneuerung des Denkens Den Geist und die Gedanken durch das Wort Gottes erneuern lassen, um die Lügen des Stolzes und der Selbstverherrlichung zu erkennen und abzulegen, Römer 12, Vers 2 Leben in der Wahrheit Sich bemühen, in allen Bereichen des Lebens ehrlich und transparent zu sein, um dem Beispiel Jesus zu folgen Johannes 14, 6 Wahrheit suchen offen für die Wahrheit über sich selbst sein, auch wenn sie schmerzhaft ist und sich auf den Weg der Veränderung begeben Vergebung und Versöhnung Vergebung suchen und Vergebung für vergangene egoistische manipulative Taten bitten und versuchen, beschädigte Beziehungen zu reparieren Matthäus 5, 23, 24 Lernen, anderen zu vergeben, um Bitterkeit und Stolz abzubauen Regelmäßiges Gebet, ein tägliches Gebetsleben pflegen, um mit Gott in Verbindung zu bleiben und um seine Hilfe in der Überwindung narzisstischer Neigung zu bitten Epheser 6, Vers 18 Ewigkeitsperspektive entwickeln Fokus auf das Ewige, den Fokus von weltlichen Erfolgen und Anerkennung wegnehmen und auf das setzen, was für die Ewigkeit von Bedeutung ist Kolosser 1, 3, 1-2 Diese Schritte zur Selbsterkenntnis und zur Unterordnung unter Jesus sind entscheidend, um die narzisstischen Tendenzen abzulegen und ein Leben in echter Demut und Hingabe an Gott zu führen Die Veränderung von narzisstischen Tendenzen hin zu einem Leben in der Nachfolge Jesu erfordert bewusste Anstrengungen und spirituelle Disziplin Durch die Anerkennung eigener Schwächen, die Entwicklung von Demut und Empathie sowie die aktive Praxis christlicher Tugenden kann ein Narzisst Schritte in Richtung einer charakterlichen Transformation machen Die Unterstützung durch die Gemeinschaft von Gläubigen und das stetige Streben nach einer tieferen Beziehung zu Gott sind dabei wesentliche Bestandteile dieses Prozesses